Hallo! Hallo! Guten Morgen! Guten Morgen! Guten Morgen! Hallo Kas, wie gehts dir? Das ist richtig gut, ja. Das war PowerNap, also durch die PowerNap gestört. PowerNap. Da gibt es hier gerade die schöne Aussicht nach vorne an die Berge. Ja, super schön. Kann ich natürlich gleich mal zeigen. Zauberkack. Jetzt haben wir noch mal den Ausschuss. Ja, natürlich. Wir waren in den Tagesschauern zurück. Viele fügen sich da in ihr Schicksal. Ein großes Kabel. Was hast du schon gesagt? 4 Stunden 10. 4 Stunden 11. Nee, 4 Stunden 10. 4 Stunden 11? Ah, scheiße. Noch 293. Lukas. Ja. Aber 6.50. Wunderschön. Das ist die perfekte Lino-Livoltzeit, würde ich sagen. Wunderschön. 5 Stunde. 3 Stunden 11. 5 Stunden 11. 6 Stunden. Wunderschön. 5 Stunden. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.